An der Wissenschaft reizt mich die Freiheit, sich selbst Ziele zu setzen und die zu verwirklichen. Mich interessiert, wie dendritische Zellen andere Zellen regulieren und ihre Funktionen bei Immunantworten überwachen. Das große Ziel ist ein genaues molekulares Verständnis der Regulation von Immunantworten. Das ist erforderlich, wenn man Autoimmunerkrankungen vermeiden will oder wenn man zum Beispiel Impfungen verbessern möchte. Aus dem Austausch zwischen meinen Mitarbeitern und mir, da ergeben sich meistens erst die Ideen, auf die keiner alleine gekommen wäre. Irgendjemand hat mal gesagt, Forschung ist etwas zu sehen, was alle gesehen haben, aber zu denken, was noch keiner vorher gedacht hat. Das ist ein bisschen, was auch immer wieder zu sehen. Das ist ein bisschen, was auch immer wieder zu sehen. Vielen Dank.